Ich wünsche euch ganz viel Glück in diesem neuen Haus. Das Warten und die Neugierde haben ein Ende für Familie Buchholz. Da stehen die alle draußen. Die stehen ja irgendwie auf. Irgendwo Holz da, ne? Das ist ja riesig. Super. Oh Mann, ist der groß. Oh, ist der groß. Ist fest, hält, wackelt nicht. Vielen Dank. Super gemacht. Passt schon, oder? Ja, super. Oh Mann, oh Mann. Ist so toll. Ich kann mich bedanken. Ja? Hier in die Hand. Ich finde alles schön, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich finde das so toll. Das ist so klasse.